Ja, Pöll TV schauen ist wirklich immer richtig clever, gerade jetzt hier zu unserem Neujahr-Sale. Denn da haben wir immer Produkte für Sie nochmal extrem reduziert. Und heute haben wir was wirklich Kompaktes, nämlich eine ultrakompakte Akku-Videokamera. Und die liegt hier bei unter 30 Euro. Das ist ja wirklich mal ein sensationeller Preis. Es ist eine Full-HD-Videokamera, die so klein ist, aber trotzdem brillante Aufnahmen macht. Natürlich mit Ton. Farbaufnahmen, die einfach fantastisch sind hier. Und das in diesem klitzeklitzekleinen Format. Ich habe sie hier mal bei mir auf der Hand. Ich hoffe, man sieht die ja kaum. 2,5 cm mal 2,5 cm. Das ist die Kamera hier. Da vorne ist das Objektiv drin und hinten wird eine kleine Micro-SD-Karte reingesteckt, mit der dann alles hier in brillanter Qualität aufgenommen wird. Nachtsicht hat sie übrigens auch in kompletter Finsternis. Mein Gott, wenn ich daran denke, was Videokameras früher gewogen haben, was die für Ausmaße hatten. Das ist mal ganz was Besonderes. Die kann man natürlich, weil die so klein ist, auch als Action-Cam benutzen. Du snowboardest ja gerne. Zum Beispiel Snowboard oder auch diese kleine Achterbahn bei Kindern oder diesen Zug auch. Das ist wirklich sehr... Modelleisenbahn, ne? Ja, richtig. Also das ist wirklich eine super gute Idee. Ich finde die Kamera wirklich so klein. Ich kann das nicht glauben, dass das alles aufnimmt in solcher Qualität. Das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich schon zu unserem Preis. Und ich finde diese Kamera auch für Büro sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wenn jemand nimmt immer deine Bürste, ne? Aber du guckst eine bestimmte Richtung, habe ich gerade gesehen. Weißt du das auch ohne Kamera, wer das war? Ja, das stimmt. Aber Schokolade zum Beispiel. Schokolade haben wir dich schon mal ertappt bei, ne? Ja, passiert auch. Siehst du, aber nur mit Kamera kannst du das sehen. Die Kamera hat tatsächlich auch einen Bewegungssensor drin. Das heißt, die können sie als Überwachungskamera sogar einsetzen. Dann wird hier in Full HD alles aufgenommen. Dann werden Schokoladendiebe gefasst oder egal, was da passiert. Sobald sich etwas bewegt, wird das alles aufgenommen. Und das natürlich dann auch noch in Full HD-Qualität, auch in kompletter Dunkelheit. Sie kriegen dieses kleine Stativ mit dazu. Da kleben sie die einfach oben drauf. Und dann können sie die sogar ausrichten, wohin sie wollen. Finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und so eine Klemme. Diana hat die gerade. Mit der kann man die auch an Klamotten festmachen. Und dann ist das noch unauffälliger hier, ganz, ganz einfach. Die sieht man gar nicht. Das sieht man wirklich nicht, ne? Die ist so groß wie ein Zuckerstück, würde ich mal fast sagen. Und das Ganze hier eben in dieser unglaublichen Technik, die hier reingepackt wurde. Und das zu diesem fantastischen Preis heute. Ja, das ist es so als Action-Cam, ne? Guck dir mal die Aufnahmen an. Das sind Originalaufnahmen von unserer Kamera, die gemacht wurden. Und diese Brillanz können sie auch haben mit einer Videokamera, die das eben hier in Full-HD aufnimmt. Das sind doch unglaubliche Aufnahmen. Ich meine, beim Fahrradfahren sollte man auf den Weg gucken, gerade wenn man solche Wege hier runterknallt, sage ich mal. Aber man kann trotzdem diese fantastischen Aufnahmen machen. Wir schauen mal bei Pearl.de. Sie sparen nämlich richtig viel Geld heute. Ja, und wir sehen hier bei Pearl.de, dass wir bei 40 Euro sind bei den Kollegen bei Pearl.de. Und Sie sparen hier heute 25 Prozent, denn Sie bezahlen hier und heute nur 29,99 Euro im Neuer Sale. Also wie gesagt, es ist immer clever, Pearl.de zu schauen. Und ich bin wirklich begeistert. Die ist ja wirklich so klein wie so ein Eiswürfel, würde ich sagen, wie so ein Zuckerwürfel. Kleiner als ein Eiswürfel, ne? Und hat trotzdem diese unfassbar gute Qualität. Ich bin wirklich sehr begeistert. Die Bestellnummer ist die ZX 5385 und die 569. Und natürlich passt hier auch eine Speicherkarte rein. Das macht natürlich Sinn. Wenn Sie vielleicht auch mal mit dem Fahrrad unterwegs sind, mit dem Snowboard oder das vielleicht auch mal an die Modellachterbahn hier dran machen oder Modellbahn. Da möchte man ja auch alles aufzeichnen. Und da haben wir jetzt auch die Speicherkarte für Sie mit 32 Gigabyte. Ja, Klass 10. Das bedeutet, hier gehen auch nichts verloren. Da wird schnell drauf geschrieben. Die Kamera funktioniert übrigens mit Akku. Da haben Sie bis zu 50 Minuten Aufnahme dann damit. Hier sehen wir noch mal die Karte. Würde ich am besten gleich mitbestellen. Die ist perfekt für diese kleine Kamera. Die Kamera holen Sie sich. Es macht einfach Spaß. Die kann man einfach irgendwo verstecken als Überwachungskamera oder als Actioncam oder ganz normal als Videokamera. Sie müssen schnell sein. Die Preise gelten nur zwei Stunden oder bis das Kontingent alles. Rand ans Telefon, sage ich nur.